Schaut mal, hier sieht es ja mal schön aus. Sehr gepflegt. So sieht es doch sonst nirgendwo aus. Jemand könnte hier wohnen. Aber auch nur könnte. Ja, könnte sein. Ähm, aber wenn hier jemand lebt, spazieren wir hier hochmütig rein. Vielleicht müssen wir uns erst einmal anmelden. Oder einen Reisepass abholen. Ha, ha. Hey, schaut mal. Eine Eidex. Eine Eidex. Wo denn? Da. Seht ihr sie nicht? Ach, da. Mann, oh Mann. Die ist vielleicht für eine Eidex riesig. Wo? Wo? Ah, ich hau ab. Gino, du Angsthase. Die tut dir doch nichts. Levado hat immer gesagt, Tuten tut der Nachtwächter. Hat er das? Was interessiert dich jetzt, Levado? Ich denke, du kannst ihn nicht leiden. Schon. Aber er hat uns auf eine abenteuerliche Reise durch die Wildnis geschenkt. Durch die Wildnis. Du bist mir ja einer. Lumbi, 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 Lackwarm, Lumbolamo, Strullopum, Strulli. Strulli, Strulli? Will er, ähm, dass wir strullern? Ich denke nicht. Königling, Königl in die Wildnis. Schon da. Sahwa. So war. Lamo, Lamo. Nala, Nala, Konbrix, Lerodia, Susu, Nigelwix, Lamo, Lamo! War nichts. Soma, Pantolino, Zambli, Scholgap. Nala. Wonderkern, Lava, Qualigro. Kingix, Lovirgen. Estaka, Guabel, Valigro. Was wollen die von uns? Na ist doch klar, wir sind ins Eidexenkönigreich eingedrungen. Levathod ist einmal im Unterricht erwähnt. Du hast aber wahrscheinlich wieder geschlafen. Bringen uns das jetzt etwas? Nein! Schankel, Gouvanor, Gimpedix, Mami, Sumatra. Ja. Er sagte, ihr seid ungnädig und seid in sein Reich eingedrungen. Na hör mal! Du kannst vielleicht nicht unsere Sprache, doofer König. Aber es waren ja auch keine Wachen da. Vorher sollen wir das denn wissen? Römmetsche, richte den komischen König da diese Worte aus. Jetzt. Schnampi, Elest, Mopal, Reint, Waali, Kning, Lo. Vorlaren, Nustru, Sangs, Lo, Balor, Tam, Bar, Niva, Polos, Bar, Nost, Don, Ai. Djam, Balor, Soxa, Krieg, Sto, Mo, Nang, Stru. Niv, Balor, Sandro! Er sagte, ihr habt keine Achtung vor uns Eidexen. Der Weg führte aber durch! Schnapp, Elast, Se, Ix, Golampa, Ingrid, Bol, Estapo. So tief? Er sagte, welcher Weg? Der Weg zum Teil der guten Elfen. Wir müssen mit Elia, der Königin reden. Nur sie weiß, wo Farron ein weißer Drache ist. Schnapp, Elast, El, Xins, Alam, Olga, Erst, Halst, Rofi, Manga. Zell, Nastal, Noelia, El, La, Campo,a, Santala, Grad, Olja, Tol, Coxi, Farron, Fastonea, Kolix, El, Agon, Yol. Vol, Han, Marigo, Lo, Sig, Sa, Af, Holaritska, Se, Oran, Qual, Gustav, Eral, Oden. Passt, Olga, Bas, Get, Am, Go, Er fragt, der Weg führt. Ja! Ja! Na kurz, wohl, na, na, wohl. Se, nur, war, na, zu, kung. Er sagte, die Hinrichtung kann big. Das kann nicht wahr sein. Gibt es jetzt jemanden, der uns retten kann? Ich denke, nein. Na toll. Stan, und auch du, Dona, es war schön, euch kennengelernt zu haben. Hm, ja, es war wirklich schön. Ja, das war es wirklich, besonders mit dir, Dino. Hör auf zu streiten, wir sterben doch jetzt eh gleich. Schaut mal, eine Pfütze. Und daran stehen wir jetzt. Und die soll jetzt gefährlich sein? Ich denke, diese Würmer könnten gefährlich sein. Oh, der eine hat ja nur ein Auge und der andere gar keine. Iiiiih! Kangsoi, ja, tu, schluss, also. Gibt es das vielleicht ähnlich die Schleine herum wie die Schnecken aus meinem, aus Omas Gemüsegarten? Du, zu witze machen, ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Was soll das? Iiiiih, Irks. Oh, oh, oh. Und wem sagst du das? Irgendwie kam mir, ähm, die Dolmetscher sehr sympathisch vor. Äh, Sansa, was bringt uns das jetzt? Wir sind kurz davor zu sterben, weil uns Würmer irgendwie umschlingen. Und du redest über den sympathischen Dolmetscher. War ja nur eine Überlegung. Wulmer! Go! Iiiiih, das kitzelt. Oh, oh. Oh, hört auf, ich kann ja nur noch lachen. Bewegt euch nicht. Wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr das tut, versinkt ihr. Und das wollen sie nur. Ah, aber wir können nicht anders. Wartet. Ich hab ein- Gut, ist Ra-Rian, weil, King oberan und Kipptu. Alma-Has, Koni, Solveran, Belang-Sucha. Gut, weil mir ist alle nackern, nur. Neel, ha, tollsie, Jux, Sk-Sey. King's-Kinog-Goran. Ich befreie mich, aber ihr müsst so schnell ihr könnt aus dem Eidechsenkönigreich. Folgst du uns? Ja, aber nur bis zur Grenze. Aber passt besonders auf vor den Würmern. Die sollen euch bestimmt fressen und töten. Okay. Hey, wer haben wir noch heute? Dann geht's los. Eins, zwei, drei. Los, lauft! No, Al-Maha! Los, Mahana! Vulva! Die Würmer, sie kommen! Wo ist die Grenze? Ja! Hat? Oh! Auf Wiedersehen! Vielleicht sehen wir uns. Noch. Warum kannst du nicht so gut unsere Sprache? Na ja, ich bin sein Dolmetscher. Aber wenn ich mit euch spreche, bin ich nicht so gut. Ich starte ganz oft, wie du siehst. Warum kannst du es jetzt gerade? Ich, 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 ich gebe mir große Mühe. Ah, okay. Ähm, ja, dann auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. finally. Gute Reise! Tut benutzt. name. KINGI! Da, 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 mich, KINGI, KINGI! Und wieder einmal hat jemand uns gerettet. Sind wir so hübsch, dass die uns immer alle retten? Nein, aber vielleicht kennen sie uns oder wir tun ihnen leid. Na, das ist ja mal was Neues. Seid ihr nicht erschöpft oder müde? Es ist doch schon ein Abend, lasst uns schlafen. Und morgen geht es weiter. Du bist doch sehr dreckig, seit du erst mal eine Wäsche am Boden. Ein Bad, äh, ein Bad am See. Ich weiß, aber ein Bad am See tut ihr gut. Schaut es sich doch mal hier an. Naja, ich weiß, ich bin immer mal umgeknallt, weil der Wurm nicht so hart angenommen hat. Und umgeschüßt hat. Tja, das ist eben Pech. Ja, aber haben wir jetzt eigentlich schon die Heftigen geschafft? Ja, nein, wir werden sehen. Puh, ich wünschte nur, wir wären da. Der Weg war mir jetzt schon gefährlich genug. Spott, es hat vielleicht passieren uns noch mehr Sachen. Oh! Ja.